Parashwa Arda Swastikasana ist die seitliche halbe glücksverheißende Stellung oder auch die Seitbeuge aus Arda Swastikasana. Nimm mit den Beinen die Arda Swastikasana Stellung ein, gib die Hand neben dir auf den Boden und den anderen Arm am Ohr, beuge dich zur Seite und atme ein Parma. Parashwa heißt Seite, ist eine schöne Seitdehnung, die dir helfen kann, zum einen die Rippen zu dehnen, sie setzt auch neue Energie frei, weil das Beugen zur Seite auch jeweils Ida und Pingala öffnet und so die Sonnen- und Mondenergien aktiviert und manchmal auch hilft, dass die Nasendurchgänge frei sind. Probiere es aus, auch welche Auswirkungen diese Seitbeuge in der kreuzbeinigen Stellung auf die Nasenatmung hat und schreib es doch in die Kommentare, wie es auf dich wirkt. Ja, danke an Samuel, der all diese Hasanas vormacht, danke an Durga, das ist hinter der Kamera. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de